ach so da fehlt ja auch noch das rote es hat zwei pf und 18 das sieht vorher ähnlich aus oh gott und dann soll das schon funzen sehe ich mehr in ich habe keine pillen hier auch nicht wenn ich es vorher mache nein alter wie muss ich das denn jetzt verstehen orange blau das ist doch die farbe der schläuche oder nicht ja irgendwie schon was ist in die kleine flasche wie wär's wenn du uns das sagst was ist denn die kleine flasche eigentlich müsste es ja heißen kleines glas aber das ist nicht so einfach so ok das ist die farbe der pfeile sind auf jeden fall die schläuche die pfeile was sagen die pfeile genau irgendwie ja es könnte auch einfach die schläufe verbindungen sein aber jetzt haben wir auch eigentlich alles genauso hingefüllt oder nicht ich hätte noch mal durchgehen 18 2p andersrum n 166 r 15 2p f a 18 das kann mich nie im leben merken ich habe es geschafft den autopilot zu reparieren brauchst du hilfe ich glaube ich habe das ganz gut hinbekommen ich habe alles getan was du gesagt hast sehr gut friend alles scheint perfekt zu funktionieren ja alles sieht super aus was tun wir jetzt naja ich wollte dich fragen ob du angst vor hasen hast in einem der räume ist ein kleiner hase und ich ich habe große angst vor ihm würdest du mir helfen ihn loszuwerden ein hase das kommt wohl auf den hasen an bei allem was ich gesehen habe kann ich mir nicht nur eine art hasen vorstellen ist es ein schokohase oder eine mit hörnern und bösen augen das musst du selbst sehen er hat eine rosa nase und blaue schuhe er sitzt einfach da blinzelt nicht bewegt sich nicht starten nur vor sich hin das klingt wirklich gruselig aber ich muss ihn sehen sonst weiches weiß ich es ja nie du bist sehr mutig liebes folge mir und ich hatte gar keine zeit mich zu freuen dass ich denen dass wir eine gute chemikerin waren voll einfach gelöst super geil ich bin so gut ok da siehst du er sitzt einfach da ist das nicht ein komisches verhalten er meint das diesen hasen ihr seht ihn ein kleiner hase mit socken oder schuhen vielleicht hat der hase angst und darum bewegt er sich nicht würdest du bitte versuchen mit ihm kontakt mit ihm kontakt aufzunehmen ich traue mich nicht ok ich nehme einen hasen und zeig dir dass du keine angst haben musst sowas verrücktes oh hier sind aber lauter interessante sachen ich sollte mir erst den kleinen hasen holen edward hat angst vor ihm ok siehst du nur ein flauschiger hase nichts von dem man angst haben muss oh du hast recht friend ich muss keine angst haben was nein mr midnight das ist nicht komisch nein nicht schon wieder was verdammt nochmal das ganze theater und das theater matten was für ein hübscher kleiner baum 5 e schenk das hatten wir schon mal irgendwas mit e also muss am rätsel liebe pflanzen gib mir viel luft zum atmen ja eben hängen können wir nicht ver 3 3 oh ich ahne böses eine leckere möhre ist der hase echt grüne blätter bäh grünzeug ein bleistift den brauche ich nicht ok ich glaube das ist ein schraubenschlüssel könnte das nicht sein ja wir werden hier einfach rausbrechen vielleicht sollten wir erstmal an die tür gehen mr midnight sag etwas bitte nehmen wir ein kätseln nicht schon wieder weg mann ich würde das haben ein papierschiff hin gebastelt ja die büllen wissen nicht ob sie an oder aus bleiben sollen sehr wankemütig ok ok geräte sieht so aus als bräuchte ich mal bräuchte maschine energie um aufzuwachen hm mutter und schrauben ich weiß nie was was ist ach mein gott ist ja nicht so schwer wir gucken mal ob wir hier schon mal was aufkriegen ok ach so ah oh cool guck mal gleich mal was so dahinter ist dummdi dummdi dumm ha oh das ging auf hehehe wir hacken jetzt das sieht nach einer batterie aus die fehlt sieht aus wie ein ventilator kabel die miteinander verbunden sind schön, schön, schön ok ähm oh durchgeknopft hat sich der Boden gehoben wie in einem Aufzug er kommt wieder runter wow ein mechanischer Arm lebst du? ich glaube er drückt gerne Knöpfe ach so ich verstehe das ist nur ein Ding was sich von selbst ausschaltet zu des zwei mhm was ist das denn? ah es geht nicht was soll ich tun? das ist natürlich eine rote Lampe was nichts gutes bedeutet das ist ein Baum mhm und was gibt's hier noch? mhm das ist ein böser Hase oh ein mechanischer Hase nicht sehr süß aber mit Puschel vielleicht ist der Hase wütend oder hungrig oder beides mhm 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 sieht nicht mehr so gut aus mhm hallo bist du überhaupt anderer Kopf? ich mag den Hut nee den Hut will er uns jedenfalls nicht geben noch mehr hochüben mhm mhm brauche ich nicht ich habe schon eine okay und das Häschen hat ein Kleid an man warum hast du Itbot erschreckt? naja du bist sehr süß also das glaubst du auch selbst nicht jetzt neun ent ich glaube da stand vorher eine 5 das wird wahrscheinlich noch sehr wichtig was passiert hm cool ähm was? das ist ja gemein otten jetzt stehen überall andere Zahlen 8 9 3 4 8 9 na gut äh übertreiben wir es mal nicht mhm Wiener im Aufzug ja aber anscheinend gibt es hier nichts mehr was für ein hübscher kleiner Baum hm mhm wir brauchen die Batterie so viel schon mal sicher wir wissen aber noch nicht mal wofür weil ich einmal alles erforsche ach so die geht von selbst her weg wenn wir schnell sind oh ja ich habe eine Batterie gefunden abgejagt friend mhm gut wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie ausbrechen fangen wir einfach mal mit mal mit der Batterie an bitte sehr Batterie eingesetzt und ja es klappt voller Energie sieht aus wie ein Ventilator und er läuft wir haben alle Energie die wir brauchen für was ah ok ich verstehe aha jetzt können wir den oberen nicht bedienen mhm wow ein mechanischer Arm lebst du? ja wie wärs denn nee nicht in das Loch und jedenfalls steht der Hase auch auf Möhren das ist schon mal gut nicht auf Menschenfleisch und jetzt oh ein mechanischer Arm ok uff jetzt können wir uns noch eine Möhre holen oh was soll das denn wütend hungrig oder beides tja was soll das mit den Zahlen wir haben doch nirgendwo ein Zahlenschloss öffne die Tür mhm hallo lass mich raus du böses etwas die Schwestern hatten irgendwie recht das ist irgendwie nicht gut das Vieh hm ich kann nicht auf den Aufzug klettern wer schon oben ist das ist schön hm wofür soll das denn jetzt gut sein da passiert nichts mehr ja äh Moment achso genau so und damit kommen wir nach oben ja äh sind das unsere Eltern oh das ich weiß nicht ob mir das gefällt hallo jemand drin wir gucken uns erst mal das unsichtige an ein Wassersymbol ich glaube es ist mit etwas verbunden ja gut egal seid ihr oh mein Gott oh mein Gott oh gemein 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 wie fies Mami Papi wer hat euch das angetan ich weiß es immer noch nicht ich weiß es immer noch nicht ich weiß es immer noch nicht warum seid ihr hier bitte sagt es mir Mami Papi was soll denn das ein Teekannenwasserwerfer das ist eine schrecklich gefährliche Waffe ja hm wirft gerade keine Teekanne eine schreckliche Waffe ja sicher oh oh daneben achso ein Wasserwerfer ok ich glaube ich muss treffen hm ja ich hab schon verstanden das ist auch nicht ganz richtig hm das ist irgendwie nicht alles gut nicht so gut oh ein Resetknopf wie praktisch hm abgeschlossen das sieht wie eine Tresortür aus und das habe ich in Filmen gesehen der Dieb weiß immer was zu tun ist tja wir nicht klopfen hilft nichts sie ist immer noch abgeschlossen Mist ich hab's so sehr gehofft ja ja ok ok wie oft kann man den eigentlich möhren füttern was soll das eigentlich bringen was soll das eigentlich bringen ne wofür also ich hab grad den Schraub die Schraubzwinge auf den Hasen verwendet aber das ist natürlich Quatsch hm leckere Möhren naja gut für den Tresor brauchen wir wahrscheinlich vier Zahlen und äh die Frage ist welche ist die erste also wir haben eins zwei drei vier fünf ok eins zwei eins zwei drei vier fünf also einmal hoch und dann links rechts links also die da unten eine acht jetzt ist die verdeckt achso ah dafür braucht man die Möhre verstehe verstehe ich bin gut also acht fünf feelings robot cool freigeschalten also acht fünf ich hoffe es war so rum acht ah steht sogar scheiße das sind Pfeile drüber aber also rechts acht jetzt haben wir immer eine Möhre gut rechts rechts fünf zweimal also rechts 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 fünf acht fünf jetzt in die andere Richtung acht wieder andere Richtung sechs neun also acht fünf acht acht was war das hier acht fünf sechs acht fünf sechs äh scheiße echt jetzt acht fünf acht acht fünf acht sechs neun fünf v fünf neun